Ich kooperiere Menschen, die mir Informationen bringen oder die auch Genesungserscheinungen erlebt haben, die durch meine Pläne und Anleitung initiiert wurden. Ihr habt mehr Lust drauf? Folgt mir und schaut euch mal an, was denn ist, ich schon an Prominenz behandelt habe, damit ihr auch seht, was an Qualität dahinter steht. Wir haben zum Beispiel Leute wie Namika, weltberühmter Sängerin mit dem Song Lieblingsmensch. Vega, ein deutscher Nummer 1 Rapper, denkt man jetzt gar nicht, dass die Rapperszene auch drauf ist, aber ja, tatsächlich, erfolgreiche Menschen achten auf ihre Ernährung. Erfolgreiche Menschen achten auf Gesundheit, Bewegung, Entspannung, Ernährung. Ja, diese drei Säulen der Gesundheit. Anna Klaasen, Tennisprofi, davon habe ich einige Profis behandelt. Auch Luca Walsch, mit einem Eintracht Frankfurt Profi, war bei mir schon zu Beginn meiner Karriere im Wir essen Blumen, die mein Geschäft noch damals hieß. Nathalie Zimmermann, Weltmeisterin im Kickboxen, habe ich betreut und jüngst Daniel Weichel zur Meisterschaft geführt. MMA, und das ist eine Sache, die ist eigentlich eine sehr Männer- und kraftdominierte Disziplin, wo es wirklich darum geht, auf den Punkt topfit zu sein und maximale Leistung abzurufen. Und das geht, wenn man seinen Körper gut regeneriert, wenn man sich gut ernährt und wenn man vor allem auch gut schläft. Das heißt, ihr werdet sehen, es gibt verschiedenste Säulen, die wir hier thematisieren werden und die wichtig sind in meiner Behandlung.